Hallo, das sind unsere zwei Hasen Marsch und Mello. Und sie sind manchmal sehr freundlich, aber manchmal können sie auch richtige Sturköpfe sein. Und sie hier heißt Mello. Mit dem Spitznamen Melli. Kleines, süßes, graues Mini-Lob-Häschen. Hier ist unser kleiner Marschi. Er heißt Mars als Spitzname. Er ist sieben Monate, so wie Melli. Und sie fressen immer am liebsten Wiese. Sie, Mello, bekommt auch bald Babys. Und Strukturmüsli mag sie auch gern. Und sieben Monate sind beide Hasen alt. Und sie mögen, wenn man sie schön streichelt. Er mag eher nicht so streicheln, aber manchmal kann man ihn streicheln. Aber er krabbelt auch in die Gefriertruhe rein. Und für zweit sind sie Marsch und Mello. Genannt als Spitzname Marsmello. Melli. Und die zwei Hasen sind beide Mini-Lob-Hasen. Man kann sie auch Holland-Lob-Hasen nennen. Aber das ist völlig egal. Ich bin Mello. Und mein Spitzname ist Melli. Und ich bin auch fliegen Mona. Ich auch. Tschüss, wir sehen uns beim nächsten Film.